Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 4. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute rede ich mal über das, was in der letzten Zeit so passiert ist. Ein Politiker ist gestorben, Guido Westerwelle von der FDP, und er ist durch Krebs gestorben. Krebs trifft irgendwie manchmal wirklich die Leute, die nichts dafür können. Teilweise leben die Leute gesund und kriegen trotzdem diesen bösen Tumor. Furchtbare Welt. Aber sterben müssen wir alle eines Tages. Du, ich. Und da ist keiner mehr da, der um mich trauert. Zumindest wenn alle Verwandten von mir tot sind. So ist das Leben. Zweitens, Anschlag in Brüssel. In Belgien gab es einen Terroranschlag. Mehrere Explosionen sind explodiert. Es hört sich schlimm an, wenn ich hier so Boom mache. Aber es ist halt einfach so. Es ist die Realität, Leute. Wir müssen mit dem Terror leben. Der Terror ist in Deutschland angekommen. Und ja, es tut mir wirklich von Herzen leid, dass diese Leute jetzt tot sind. Und die Familien tun mir auch leid. Was können wir sagen dazu? Pia Vogel muss auf jeden Fall in den Knast. So, zweitens. Die ganze Zeit der Fistenpack muss in den Knast. Drittens, Open Mind ist ein richtig cooler, cooler, cooler YouTuber. Wollte ich nur noch mal sagen. Was? Was soll ich sagen? Open Mind ist super, ja. Mich droht keiner mit einer Waffe. Nein. Open Mind, super Typ. Hält die Knarre weg. Open Mind, noch mal hier, richtige Likes. Ja, Open Mind hat mich bei Facebook markiert. Ich bin immer noch auf der ersten Seite. 140.000 YouTube-Abonnenten hat Open Mind. Und er hat mich, er hat mich platziert, Alter. Yeah. Ich bin famed, Digga. YouTube Gamescom ist famed. Kommt her. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Was willst du von YouTube Gamescom? Komm her, du Hurenzohr. Ich fick deine Mutter, Alter. Hä? Ah, fuck. Pfefferspray. Nicht so gut. Egal, was gibt's noch Neues? Äh, jo. Das war's. Haut rein. Ciao. Redet mich auf der PS4.